Wie Xperience funktioniert, können wir Ihnen jetzt gerne mal demonstrieren. Dafür haben wir unsere Kollegin, die Ihnen das zeigen wird. Sie sieht jetzt diesen Bildschirm? Genau, die Kollegin hat jetzt diese Brille auf, dieses sogenannte Head-Mounted-Display, wo sie sich jetzt in dieser 3D-Umgebung direkt befindet. Wir sehen das, was unsere Kollegin hier sieht, auch auf dem Bildschirm. Das heißt, sie kann sich jetzt in dieser Infrastruktur bewegen. Aber sie sieht uns jetzt nicht, oder? Sie sieht uns jetzt nicht. Sie sieht direkt diese Szene auf dem Bahnsteig und kann erleben, was denn dort gerade passiert, wo auch die Informationen angebracht sind. Hier haben wir zum Beispiel einen Aufgang. Und das ist jetzt eine Demonstration, um nur zu zeigen, wie realitätsnah diese gesamte Umgebung ist.